Na tritra tolala. Passt ja gerade wieder. Ne im Ernst. Vielleicht bin ich ja doch so schick. Gerade wieder nur an einem Radio vorbeigegangen und schon wieder nächstes Thema. So, erstmal wollte ich hier nochmal belegen bei Sunfire Sky, was ich von den Daumen berichtet hatte, die nicht gegeben werden konnten. Und den hatte ich mal noch ausgesucht. Einen meiner absoluten Lieblingskommentare quasi, also die Art und Weise des Kommentars. Das muss man nochmal so festhalten. Wie man argumentativ, wie soll ich sagen, so ist das jetzt besser? Ja, ist besser. Wie man eben von Ali in besten Formulierungen beschimpft wird, ohne auch nur ein Argument irgendwie zu bringen oder eins von mir zu widerlegen oder was auch immer. Einfach mal nur rumnörgeln und sich beschweren, dass ich rumnörgel. Das ist also, das ist die Art und Weise von Kommentaren, die mir definitiv fehlen werden. Oder jetzt schon fehlen. Ne, war töig im Radio. Dass die Russen sich jetzt erlaubt haben, die Annahmen von Dollars zu verweigern. Ja, scheiße. Da hätte man nur früher drauf kommen können, dass das passieren kann. Dass der Krieg jetzt quasi auch auf die wirtschaftliche Ebene abrutscht. Und auch wenn der Westen militärisch da überlegen sei, wäre. Wirtschaftlich, ich glaube, da können wir uns die Karten legen. Da ist China und Russland bestens ausgerüstet mit eigenem Geld bzw. eigenem Gold. Die amerikanischen Staatsanleihen haben sie ja sicherheitshalber schon mal verkauft. Weil die jetzt irgendwie eben nicht mehr ins Portfolio passen. Sagen wir mal so. Und dass der wirtschaftlich schwache, fast bankrotte Staat eigentlich in der Geschichte häufig schon die Rettung im Krieg gesucht hat. Das ist belegbar. Da braucht niemand widersprechen. Da gibt es genügend Beispiele für. Dass wenn nicht Geld alle war, hat man halt zugesehen, sich woanders neue zu beschaffen. Und die Bundeswehr hat ja auch prompt reagiert. Unsere Verteidigungsministerin ist quasi angewiesen worden, sofort mal wieder noch mehr Panzerabwehrraketen und zusätzlich noch Luftabwehrraketen zu liefern. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich schon direkte Kriegsbeteiligte. Ich sehe da mal eine massive Eskalation auf uns zukommen, weil... Eben wie gesagt, wenn dieses System mit dem Fiat-Yeld und dem Dollar und der Ölpreisbindung an die Dollars jetzt zusammenklappt, da haben die Amis ein massives Problem. Und da müssen sie denn was tun. Insofern, ja, also ich sehe da nur noch jene Chance und insofern macht das gut. Bumm, den Peace können wir uns wohl jetzt irgendwie an die Backe schmieren. Aber Omm, Omm ist umso wichtiger. Tschüss. Ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt sagen soll. Huhuhuhu. Huhuhu. 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 Huhu. 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 Vielen Dank.